Hallo liebe Freunde der Lagerhalle. Hallo. Hallo ihr alle daheim. Liebes Lagerhallen-Team. Liebe Grüße von der Halle K. Selbstquarantäne. Auch von hier schöne Grüße aus dem Homeoffice. Ich bin alleine an meinem Arbeitsplatz. Der Stuhl freut sich. Ihr seht im Hintergrund mein Homeoffice aktuell. Wir können nicht auf die Bühne und das tut uns natürlich weh. Wie jeder andere natürlich versuche ich so ein bisschen die Selbstisolation auch aufrecht zu halten. Das ist natürlich fatal für alle Läden, in denen Kultur passiert. Aber ja, auch das geht rum. Konzerte finden wieder statt. Zum Beispiel am 12.9., wenn wir wieder in die Lagerhalle nach Osnabrück kommen. Die Lagerhalle ist eine unserer Lieblingslocations hier in Deutschland. Und wir freuen uns riesig wieder für euch auf die Bühne zu gehen und am 12.9. für euch zu spielen. Und dann wird gefeiert und zwar so richtig. Ja, ich hoffe wir halten alle durch und lernen daraus, dass so Sachen wie Kultur und Konzerte und Veranstaltungen nichts Selbstverständliches sind. Aber bis dahin, wascht euch die Hände, bleibt zu Hause, geht einkaufen für die Leute, die es vielleicht gerade nicht können. Und ruft eure Großeltern an. Unterstützt Künstler und Kultur so gut es geht. Ihr könnt auch unsere Social Media Kanäle im Auge behalten. Wir nehmen gerade ein paar Sachen für euch auf, die gibt es dann bald auf die Ohren. Bleibt stark, bleibt gesund und be kind und stay home.